Ja, hier passiert bestimmt nix. Alter, ist es dein Kackärzt? Oh! Äh. Alter. Ich wusste, dass mit dem irgendwas passierte. Frau schlägt mich. Nanananananananana. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich suche immer an der Steam-Liste und weiß nicht mehr, was ich reingepackt habe. Wir spielen heute Remi-Sense. Ich habe es vorher nicht übersetzt. Ich habe nur zwei Bilder angeguckt. Ich weiß nicht, warum ich das reingemacht habe. Aber wir schauen einfach mal vor Screen. Okay. Antitentacken runter. Hat sich nichts geändert, oder? Hä? Was soll denn das? Gut. Ja. New Game. Lassen wir uns überraschen. Oh. Vielleicht dieses Mal. Was denn vielleicht dieses Mal? Ui. Das ist aber schnell. Ich... Mehr habe ich... Okay. Okay. Ich muss mich langsam bewegen. Ui. Ich muss sie finden. Ich habe nicht viel Zeit. War hier nicht gerade was? Wen muss ich finden? Wieso beginnt... Hä? Fängt ein neues Spiel so an? Oh, diese Maus. Die ist aber... Viel zu schnell. Und ich finde es ein bisschen dunkel. Oh. Okay. Weiß ich es nicht... Nee, ich habe es nicht erwähnt. Es ist sehr wahrscheinlich Horror. Was sagt das Radu da? Das erinnert mich an PT. Wen musst du denn finden? Du kannst doch nicht einfach reden. Es ist so lange her. Was ist denn so lange her? Ich versuche mich für euch langsam zu bewegen. Kontroversen... Kontroversen... Schastadam... What? Crime? Gott, so viele Türen. Ah. Ah. Ich habe den Käfer hingesehen. Ja, auch. Interact Rowback. Hä? Ah. Oh. Oh. Das ist ja... Das ist ja cool. Kann ich diese Uhr bitte... für in echt haben? So. Äh. Ne, Moment. Warte mal. Kann ich Fernsehen gucken? Nein. Wenn ich nicht so schnell mit dem Klicken bin, dann könnte es an meinem geschwollenen Zeigefinger liegen. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Oh mein, kein sweetes Farce. Ist ab dem Intro, man. Cleanse Discovery. Hier war der Kerl drin, ne? Oh, schade. Sie ist abgeschlossen. Das ist ein cooler Schrank irgendwie. Sehr massiv, unterschlagend, aber cool. Im Schlafzimmer. Komme ich da näher ran? Ich bin heute nicht so gut mit dem Übersetzen. As unrightly as it may be, have some... Ganz ehrlich, die ersten beiden Absätze sind für mich einfach nur... Ich würde empfehlen, erst mal nicht mit der Presse zu reden. Wenn das wirklich nicht funktioniert, dann wird es die Welt verändern. So wie wir sie kennen. And I can't guarantee you, it will be for the best. Und ich kann dir nicht garantieren, dass es zum besseren Oho sein wird. Oh, okay. Head of a physics apartment. Okay. Hier war da vor kurzem jemand, die brennt noch. Die brennt noch. Kann ich eigentlich springen? Nein. Kann ich rennen? Nein. Kann ich crouchen? Nein. Okay. War ich hier schon? Zu? Oh Gott, ein grüßes Radio, ey. Hier war auch zu? Ich habe nicht gestartet, ne? Kann ich irgendwas... Hä? Okay. Vielleicht hätte ich den Text mal lesen sollen, zu dem Spiel, beim Unterladen. Um euch dann zu erklären, warum wir hier so sind, wie wir sind. Weil das Spiel ist ja irgendwie nicht tot. Okay. Ja, 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 ja. Das war ich aber, glaube ich, überall schon. Gut. Oh, eine Chipbox. Kann ich nichts machen? Hä? Äh. Okay. 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 Okay, okay, okay. Ich verstehe. Geschosse Türen sind immer gut. Das Lied? Warum klingt das so vertraut? Kühlschränk. Oh, der ist cool. Ich mag amerikanische Kühlschränke. Der weckt. Die haben wir im Wohnzimmer stehen. Oha. Sie sind nicht hier? Vielleicht sollte ich die Uhr in der Lobby noch mal probieren. Aber welchen Zustand? Okay. Jetzt geht die Tür auf. Es regnet draußen. Sick hier. Ich bin irritiert. Habt ihr das gehört? Die Zigarette ist immer noch da. You forgot the keys to the lobby again. I've got to go back to that lobby. Find that old clock. Ich soll zur Lobby gehen und die Uhr finden. It's raining. Also, wenn es eine Matratze so aussieht, ne? Die hat wohl einiges schon durch. Das funktioniert nicht ohne Pendulum. Das funktioniert nicht ohne Pendulum. Ist Pendulum Pendel? Mein rechter Zeigefinger tut weh und ich weiß nicht warum. War hier nicht gerade was? Mir ist eingebildet. Kann ich? Hier war doch irgendwo weinig Brightness. Ich mach's für euch dann ein bisschen heller. Ich mach's für euch dann. Es ist festgefroren. Er hat in mir drin geweint. Doktor, ich schreibe dir das in der Hoffnung, dass nur sie das sehen. We müssen ganz dringend was über die Technologie besprechen, so schnell wie möglich. Was für ein Subjekt. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen den Stürmen in Südostasien und unserem Experiment. Und da bin ich mir sicher. Also je mehr wir diese Technologie benutzen, desto mehr, größer, stärker werden diese Stürme. Ein Stück, Sekunde. Noch wichtiger, of what happened during the work, of what light in between, was während des Experiments passiert ist. We really must discuss your experience then to what your sanity and your commitment to this project caused to be completely honest. You have been acting very strange. Das ist super, wenn ein Doktor sich sehr komisch verhält. Since I didn't encounter, what do you mean it promised you, es hat dir etwas versprochen, hat er gesagt. Was hat denn das Subjekt ihm versprochen? Jim Deckwoods. Pentagon, oh, Pentagon Research. Okay, okay. Also, wir haben hier eine Badewanne voller Eis und da ist, ist das das Pendulum? Könnte, können wir nicht heiß Wasser aufdrehen. Guckt ja mal noch gleich. Ist das die Lobby? Ja, ne? Stimmt. Jetzt können wir in... Puch? Aha, okay. Ich verstehe. Steht dir jetzt was anderes? Arten keeps asking me this and every time you've been... Oh, God, I have chosen to dot the question, but I really must ask for the sake of my own curiosity and perhaps our safety. Just how on earth did you come up with these? Ah, okay, man, thanks. Don't you respect, your background in physics doesn't come closer. Also, manche Wörter kenne ich nicht, ne? E, 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 La? Irgendwas work? But in your... Ach, das ist ein S. Ich kann das sehr schlecht lesen, ne? Das soll ein S sein. Els' work. Okay. Das ist doch kein S. Das ist ein... Das für mich ist das ein A oder irgendwas, ich weiß nicht. I don't think anyone alive is capable of coming up with this. These designs look completely foreign. Immer noch das Pentagon. Und ja. Okay, da habe ich jetzt einen Stöpsel gezogen. Okay. Also, ich habe festgestellt, ne? Normalerweise komme ich mit Horror und Jumpscares klar, wenn ich denn die Spielmechanik verstanden habe. Dass hier ab und zu mal einer steht, okay, komme ich mit klar. Aber ich hing gerade noch sehr nah vom Monitor. Ich habe den Weg vergessen. Was war es? Vom Monitor, vom Lesen und war nicht darauf gefasst, dass... Oh, da war der ja vorhin drin, oder? Dass hier einer vorbeifliegt. Ich gehe mal wieder ein Stück zurück. In den Schrank. No, is... Is that... Is that you? Guckt der Clown an das? Ah, so, ich dachte schon wieder an den Text. Ich habe keine Angst. Ich gehe mal wieder an den Text. Ja. Get out, get out, please. Help, 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 help. Why, 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 why? Go away, go away. Always watch this. Wake up. Die. Daddy? Bitte verschwinde. Geh weg. Kannst du nicht rennen? Kannst du nicht herkommen? Guckt der mal Hilfe? Kein bisschen. Okay. Okay. Ich bin bei meinem zweiten Kaffee, also vielleicht geht's doch da ran. Ich dachte gerade, ich wäre hochgeflogen, ne? Okay. Natürlich. Steht jetzt wieder was Neues? Oh, der hat... Nee, okay. In der Dusche? Nein. Ich wusste, dass mir gegen irgendetwas passiert, ey. Kommt doch irgendwie. Der guckt bestimmt doch alles. Kann ich mich eigentlich nicht um die Ecke beugen? Wo? In welcher Zeit ist die? Klappe rade. Wo war das Panel? In der Küche, oder? Hallo, Pen. Guck, guck. Hab ich es jetzt eingesammelt? Oh, Tape. Tape ist loading. So funktioniert da ein Kassettenspieler. Are you happy, honey? Was ist die Möglichkeit, Schatz? Als Fernseher hat uns Daddy gekauft. Jetzt können wir uns an Fernseher gucken. Im Elternschaften. Wenn wir uns zu finden, sind das Kassettenspieler. Was? Wir sehen ja schon aus, was unser Kind, Kinder gesagt haben und irgendwer anders. Was ist das? Okay. Es gibt da einen neuen Fernseher. Fernseher? Ist das ein Hinweis? Was? Was? Also, ich musste gerade kurz unterbrechen. Wo war ich denn jetzt? Ich habe das Tape, glaube ich, abgehört, ne? Ja. Was soll denn das? Zeitreisen? Wir sind nicht alleine. Na gut, dass es um Zeitreisen geht, das war ja schon. Es ist so dunkel, ich muss das mal heller machen. Also für euch im Schnitt auch, aber für mich jetzt gerade mal hier, ich seh nämlich überhaupt nichts. Ah, jetzt kann ich auch was lesen. The Safe Keep Stable Company. Ach, da ist ein Numpad, was hat er gesagt, irgendwas im Fernsehen? Und da ist es so. Und da ist es so. ich war ich im keller ach so ja ich war im keller sind das verschiedene zeit-epochen das richtige bord jetzt im fernsehen irgendwas anderes ganz her mit mit der uhr von auch nicht gesehen falls das schon so war das ist das war wohl nicht so oder ich weiß nicht ich kann nicht rein ich weiß nicht ob das jetzt richtig war alles schimmeln man sich das mal so vorstellt was für kann ich hier irgendwas das ist ein kleines mit es ist ein kleines ja bitte das sehe ich da sind die S jetzt auch besser zu sehen ein bisschen ich weiß nicht lag der vorhin auch schon hier ich habe nichts mit mir ich habe nichts mit mir zahlen 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 ich bin ja da war es so gut mit im fernsehen ja was steht da 3 wie soll ich denn das passiert auch nicht 345 ja ja 4 also es ist in diesem raum da also treppe rauf und rechts dazu da zwei alter ist es ist ein kack ernst 378 3 7 8 4 2 1 3 7 8 4 2 1 3 7 8 4 2 1 3 7 8 4 2 1 3 7 8 4 2 1 bitte schreibt nicht 3 7 8 421 3 7 8 421 3, 7, 8, 4, 2, 1. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Ich vergesse. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Ah, 3. Was? Was? 3, 7, 8, 4, 2. Scheiße, wo ist mein Stift? 3, 7, 8, 4, 2, 1. 3, 7, 8, 4, 2, 1. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Scheiße. Oh, 3, 7, 8, 4, 2, 1. Wo bin ich hier? 3, 7, 8, 4, 2, 1. Ich verarschne. Hey. Wo ist mein Stift? 3, 7, 8, 4, 2, 1. 3, 7, 8, 4, 2, 1. So, das ist trotzdem bald. Oh, ich wollte es gucken. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Oh, ich muss es aber die Augen zu machen, wenn das so macht. 3, 7, 8, 4, 2, 1. 3, 7, 8, 4, 2, 1. Dankeschön. Wieso merke ich mir das? Nehmen. Ah, hier, 2, 1. Tada. Das muss aber der wertvolle Schreibplatte sein. Das ist wirklich schlecht hier von diesem... Wie Puschi, Puschi, ja. Tja, das sieht nicht so gut aus. Was ist jetzt noch ein Bild? Was? Ach so, das meint er. Das sind wir. Ja, das ist ja süß. Ja, hier passiert bestimmt nichts. Hä? 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 Ich mach nicht, was ihr mir sagt. Ich hab kurz weggeguckt. Was? Es kann nicht zu spät sein. Es kann nicht. Ruhe, 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 Ruhe. Ah, das ist ja süß. Was meinst du mit, du warst nicht alleine? Halluzinationen und Bedächtnisverlust. Das ist wirklich real. Und was, was uns in diesem Raum kontaktiert hat, war sehr real. I suspect that sort of claimed to be a product of this, Sie haben Mörder, das sind keine Halluzinationen, sie sind real. Und was immer uns kontaktiert hat, in that space was, ja, eher sofort. Hier ist so. Herein. 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 Ja, bitte. Hallo. 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 Okay. Okay. Ich soll wohl hier hingehen? Was soll denn das? Es spielt mit mir. Ich hab immer noch Zeit. Ich weiß ja nicht. Ruhe, 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 Ruhe. Ich bin verwirrt. Eine Lösung? What was this like? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Brummt da was? Oder ist das außerhalb meiner Kopfhörer? Ha! Wer warst denn du? Okay. Tschüss. Okay, ich geh mal in den Keller. Keller ist nicht immer gut. Oh, ich hab mal aufgeräumt hier. Das ist das Lied. Was für ein Lied. Was ist passiert? Ich sollte mich erinnern. Es sollte vorbei sein. Was genau? Hä? War da immer so ein anderer Kenner? Nee, das kann nicht sein. Also man sollte ja schon seinen Kenner kennen. Haben wir wegen Halluzinationen unsere Familie irgendwie umgebracht? Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Ja, du hast uns umgebracht. Du hast uns allein gelacht. Das ist auch mal. Du wirst nichts sein, als ich... Was soll ich sein? Das war's? Ich kann mich bewegen. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Hi. Ist das jetzt wieder der Anfang? Ich glaube... Ich glaube, ist das der Anfang? Oh, ja, okay, bin ich einfach rausgeworfen worden. Ja, also es scheint, als wären wir irgendwie mit dem Pentagon... War's Pentagon? ... bei einem Zeitreise-Experiment gewesen. Und dass da Dinge bei passiert sind und Gedächtnisverlust und irgendwie auch was anderes. Aliens, maybe, oder so. Und ja, irgendwie, ich bin mir nicht ganz sicher, obwohl da stand vorhin, you killed us, ne? Ich glaube, wir haben dann vor lauter Halluzinationen unsere Familie getötetet. Ich weiß nicht. Wenn ihr's wisst, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bin ein bisschen verwirrt, aber der ein oder andere Jumpscare hat mich gecatcht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.